Willkommen zurück. Wir schreiben immer noch das Jahr 2079. Im Gegensatz gelang es der Menschheit, die Roboter zu überlisten. Mithilfe eines kleinen Stück Codes, genannt Skype der Code, konnten die Roboter endgültig zerstört werden. Momentan befindet sich Skype in diesem Raumschiff dort. Dieses Raumschiff befindet sich momentan im Landeanflug auf einem Davor, in dem sich angeblich eine Maschine befinden soll, die Skype zurück in seine Heimat transportieren kann. W-w-w-wollen wir hoffen, dass Skype es in dieser Episode schaffen wird. Wir drücken ihm die Daumen. Guten Tag Skype, mein Name ist Dr. Brown. Ich bin der führende und leitende Wissenschaftler in diesem Labor. Skype, ich will ganz ehrlich mit dir sein. Diese Maschine ist ein Pro-Küttür. Wir haben sie noch nie ausprobiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, nachdem wir sie aktiviert haben, dabei draufgehen wirst, ist so immens hoch, dass ich wirklich davon abraten möchte. Wie lautet also deine Entscheidung? Wahnsinn! Ich bin dabei! Auf jeden Fall! Na, dann wollen wir mal. Wir sind doch bereits bei 70% Energie angelangt. Das kann gleich losgehen. Skyd, halt dich bereit. Es geht sofort los. Drei, zwei, eins, Achtung! Was machen wir hier? Weit euch alle in Sicherheit! Oh mein Gott, wir werden uns sterben! Ach du Scheiße! Wo zum Henker bin ich? Wo zum Henker bin ich? Ähm, lass mich mal kurz darüber nachdenken, äh, jetzt wird's interessant. Was ist das hier? Das sieht so unbekannt aus. Ich komme mir so menschlich vor. Naja, menschlich ist wohl der falsche Ausdruck dafür. Aber ich bin irgendwas. Ich bin, sagen wir mal, geformt? Krass. Einfach nur krass.